Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Serie Walk & Talk, wo ich euch einfach mitnehme, weil ich ein bisschen mehr Bewegung brauche und im Winter oft mich zu wenig bewege, zu wenig spazieren gehe vor allem auch. Und die Serie soll mich und auch dich motivieren, dass wir versuchen, die 10.000 Schritte zu gehen, die man eigentlich am Tag gehen soll. Jetzt ist es schon dunkel, ich gehe aber trotzdem, also schnapp dir auch deine Schuhe, zieh deine Jacke an, Mütze, Handschuhe nicht vergessen, wenn es regnet den Regenschirm und geh mit mir eine Runde spazieren. Okay, ich versuche jetzt mal so lang wie es geht mit der Frontkamera zu filmen, aber es ist so dunkel, dass ich dann den Weg nicht sehe, vor allem wenn keine Laterne dann da ist. Schauen wir mal, wie lange es braucht, bis es mich auf die Goschen haut. Naja, oder ich in irgendeinem Hund renne oder so, ich hoffe, die haben alle eine Lichterkette an. Ich habe heute meine Regenjacke an, weil ich damit ein bisschen heller bin und nicht so leicht übersehen werde. Es regnet zwar nicht, aber genau, man weiß ja nie und es ist eben, wie gesagt, deutlich heller damit. Jetzt muss ich kurz auf den Weg schauen. Ja, ich glaube, ich switche jetzt in die andere Ansicht, in den Selfie-Mode, da sehe ich den Weg ein bisschen besser. Leider seht ihr mich dafür da nicht so gut, aber wie gesagt, schnapp dir einfach deine Schuhe, geh mit mir spazieren eine Runde und hör einfach zu, was ich so für Gedanken mit dir teile. Okay, wow, es ist wirklich ganz schön dunkel. So, ich habe ein kleines bisschen Licht gefunden und hoffe, das reicht für dich. Wie will ich heute mit euch teilen? Über welches Thema will ich heute mit euch reden? Generell bei meinem Walk teile ich einfach ein paar Gedanken so, die mich beschäftigen mit euch. Und heute habe ich mir gedacht, könnte ich mal über das Thema Schnelllebigkeit sprechen. Weil ich finde, je älter man wird, desto schnelllebiger ist irgendwie alles. Oder kommt es mir einfach nur so vor, weil ich älter werde, aber die Zeit schnelllebiger wird? Und ich finde, es ist mittlerweile unglaublich schwer irgendwie, wie soll ich sagen, also einfach mal ein bisschen Kontinuität, finde ich, ist das, was mir manchmal fehlt. Und es ist bei mir oft so, dass sich innerhalb von einem Jahr oft so schnell was ändert, wo ich irgendwie manchmal gar nicht mehr hinterherkomme. Ich habe zum Beispiel mit meinem Mann und mit meinen Eltern vor, das ist jetzt nicht einmal anderthalb Jahre her, oder? Doch, zwei Jahre ist es her, haben wir eine Firma gegründet, beziehungsweise übernommen und das mal ausprobiert nebenbei. Aber es wurde uns dann schnell zu viel und wir haben dann auch nach einem Jahr beschlossen, die Firma an jemanden anderen wieder zu übergeben. Aber heute habe ich ein Gespräch mit meinem Chef gehabt und wir hatten das letzte Mal so ein ausführliches Gespräch vor vielleicht anderthalb Jahren. Und da war das noch voll präsent, das Thema, und das ist mir jetzt heute irgendwie wieder so bewusst geworden, so, okay, krass. Bei unserem letzten sehr, sehr, sehr ausführlichen Gespräch, wo es halt auch so um meine Weiterentwicklung und so ging und um eine Versetzung und so. Also, da war das Thema noch so präsent und so aktuell und jetzt habe ich das irgendwie schon wieder voll vergessen. Und genauso ist es ja, ich arbeite in der Bank, wir beschäftigen uns viel mit der Börse. Genauso ist es ja auch zum Beispiel an der Börse. Das ist mittlerweile so schnelllebig. Die letzte große Krise war ja 2008, die Finanzmarktkrise. Und dann war Corona, so die richtige nächste Krise. Dazwischen war zwar ein bisschen Euro-Krise und so, aber so die richtige. Und dann nicht mal zwei Jahre später, nach Corona, kommt jetzt gerade schon wieder die nächste. Oder wir stecken hier mitten in einer drin, die Energiekrise oder Inflationskrise oder wie auch immer man sie betiteln will. Ja, und ich finde, das ist schon wahnsinnig, wie schnell das geht. Das ist jetzt nichts, wo man Angst davor haben muss, aber ich finde, oder mein Gedanke dabei ist, man muss sich, glaube ich, privat mittlerweile einfach so gut auch aufstellen mit Routinen, mit Ablaufen, aber auch einfach Freundschaften verbindlich, Freundschaft leben, damit man da einfach etwas hat, was bleibt, was da ist, um zu bleiben. So habe ich mir gedacht, weil im Beruf verändert sich alles so schnell und das ist ja nicht nur bei mir so egal, wo ich hinschaue, in welche Branche passiert gerade. Viel Umbruch und viel Aufbruch. Aber nicht nur in der Arbeit, sondern eben auch zum Beispiel gesundheitlich passiert oft so viel so schnell. Oder familiär. Bei uns sind zwei neue Familienmitglieder dazukommen, weil meine Geschwister ja geheiratet haben. Naja, also eben. Und Freundschaften kommen zwar auch und gehen, aber ich finde, da liegt schon viel an einem selbst, treue Freundin zu sein oder treuer Freund zu sein und auch treu zu sein in schweren Zeiten. Meine Mama und meine Schwester und ich, wir halten am Wochenende einen Vortrag über psychische Erkrankungen. Und meine Mama ist Therapeutin, meine Schwester hat Psychologie studiert und ich bin einfach nur so dabei. Mein Part ist quasi über das Thema Freundschaft zu sprechen. Was es einfach auch heißt, in so gerade mental schweren Phasen treu zu sein. Das ist oft überhaupt nicht leicht. Das wünscht man zwar sich immer, dass man selbst dann auch treu ist und zu seinen Freunden steht, wenn es ihnen nicht gut geht. Aber ich finde es manchmal leichter gesagt als getan. Und ja, das finde ich ist aber mittlerweile schon auch was, wo man einfach viel, viel mehr Wert drauf legen muss, weil ich finde auch mit Freundschaften wird mittlerweile leider manchmal ein bisschen flapsig umgegangen. Oder manchmal ist es ja selbst auch in einer Beziehung so. Also es wird nicht mehr so viel an Freundschaften oder an Beziehung, an Ehe gearbeitet, sondern sobald es nicht mehr so passt, dann bricht man halt den Kontakt ab. Oder ja, es war nicht mehr das Wahre, es war nicht mehr wie früher. Und man arbeitet irgendwie gar nicht mehr an Freundschaften oder an Beziehungen. Und genau, ich finde es aber voll wichtig und will dich da ermutigen. Und ja, ich kann selber sagen, ich bin auch nicht immer eine super Freundin. Ich habe auch oft zu wenig Zeit, aber ich versuche schon mir bewusst auch Zeit zu nehmen. Und das einfach auch wirklich mit einplanen. Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen, gell? So ist ja der Spruch. Und ich finde, dort wo du halt auch deine Zeit investierst, dort hängt halt auch dein Herz. Und wenn du keine Zeit in Freundschaften investierst, sondern es dir wichtiger ist, das 50. Mal in der Woche zum Fitnessstudio zu gehen, dann hängt halt da auch mehr dein Herz als an deinen Freundschaften. Aber man kann doch auch gemeinsam mit seinen Freundinnen spazieren gehen. So wie wir jetzt miteinander spazieren gehen. Oder man kann doch auch bei uns gemeinsam auf den Berg gehen. Gemeinsam Fahrradfahren gehen, gemeinsam ins Fitnessstudio gehen oder gemeinsam kochen. Das zum Beispiel mache ich auch voll gerne mit Freunden. Erst letzte Woche waren zwei Freundinnen bei mir und wir haben zum Beispiel Sushi gemeinsam gemacht. Das ist was, was ich mir alleine nie machen würde. Aber gemeinsam macht es irgendwie Spaß. Oder jetzt in der Weihnachtszeit gemeinsam Plätzchen backen ist doch auch voll schön. Ja, genau, soviel zum Thema Kontinuität, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Freundschaften. Und ja, eine Sache, die auch ganz gut dazu passt, ist unser heutiger Bibelfers. Der heutige Bibelfers geht nämlich so. Deine Güte und Liebe begleitet mich Tag für Tag. In deinem Hause darf ich bleiben, mein Leben lang. Und das finde ich ist voll die schöne Zuversicht, die mir einfach auch Ruhe und Beständigkeit gibt. Und zwar einfach meine Beziehung zu Gott und dass Gott immer für mich da ist. Und er ist auch immer für dich da. Er liebt dich und er nimmt dich an, so wie du bist. Und er verlässt dich nicht. Menschen können einen verlassen. Arbeit kann einen verlassen. Geld kann einen verlassen. Aber Gott verlässt dich nicht. Und das finde ich ist voll wichtig zu wissen und voll schön, weil ehrlich gesagt ist ja in der Welt nicht, also auf nichts verlassen. Verlass alles kann kommen und gehen, ob man es jetzt möchte oder nicht. Aber Gott ist der, der bleibt. Das möchte ich dir zusprechen. Und ich wünsche dir einen voll schönen Tag. Voll schön, dass es dich gibt. Schön, dass du bis jetzt das Video angeschaut hast. Und auf meinem Kanal findest du generell viel zum Thema Haushalt, Ernährung, Essen, günstig einkaufen, Tipps und Tricks rund um den Alltag und das Leben. Sagen wir es mal so. Und eben einmal in der Woche versuche ich jetzt bis zum neuen Jahr hin immer so eine Walk-in-Talk auch zu machen, wo ich einfach mal Gedanken mit dir teilen kann, die sonst vielleicht die Videos sprengen würden, den Rahmen sprengen würden, aber sie mir irgendwie doch ein Herzensanliegen sind. Und ich sie gerne mit dir teilen will. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Lana.